So süß feiern Nelly und schwangere Asanti ersten Muttertag Nelly, 49, und Asanti, 43, könnten derzeit wohl kaum glücklicher sein. Denn zurzeit erwarten der US-amerikanische Rapper und die R&B- und Popsängerin ihr erstes gemeinsames Baby. Auf Instagram lässt die Rain-on-Me-Interpretin ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Auch diesen Meilenstein veröffentlicht Asanti nun im Netz. Gemeinsam mit ihrem Liebsten und ihrer Familie feierte die werdende Mama ihren ersten Muttertag. Zu einer Reihe von Pärchen und Familienfotos schreibt die Schauspielerin emotional, dieser Muttertag war etwas ganz Besonderes. Vor allem die große Unterstützung ihrer Liebsten scheint Asanti nahe zu gehen, unsere Familien zusammen zu haben, während wir dabei sind, uns auf eine so unglaubliche Reise zu begeben, war großartig. Die Fans scheinen sich für die werdenden Eltern sehr zu freuen. Positive Kommentare wie es ist einfach nur toll, dass ihr endlich ein Baby bekommt, oder ich habe Nelly noch nie so sehr lächeln sehen. Schön, euch so glücklich zu sehen häufen sich unter dem Beitrag. Zudem sind sich die User einig, der 43-Jährigen steht die Schwangerschaft blendend. So schreibt nicht nur ein Fan, wunderschön. Asanti ist für das Muttersein perfekt geschaffen. Auch Nelly sieht auf den Fotos überglücklich aus. Der Just-a-Dream-Interpret erlebt das Wunder der Natur jedoch nicht zum ersten Mal. Mit seiner Ex-Freundin Sheneda Valentine hatte der Musiker Ende der 1990er Jahre die zwei gemeinsamen Töchter Chanel und Cornell bekommen. Einige Jahre später wuchs Nellys Familie dann erneut. Im Jahr 2005 adoptierte der Rapper die Kinder seiner Schwester Jackie Donahue, da diese infolge einer Krebserkrankung tragischerweise verstarb. Erneut. 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 Erneut.